hallo und willkommen zurück bei hell da was zwei hallo so und du hast jetzt ein anderes sturmgewehr oder was nein ich werde weiterhin meine schrot fünfte benutzen weil das die beste was wir sind ganz im spiel okay die feinde der freiheit warum sagst du dass du eine gekauft das wenn du sie eh nicht nutzt ich wusste nicht was ich sonst kaufen sollte weiter ressourcen sammeln so einmal kontinentale kette breit machen und einmal wieder flugzeuge zerstören das ist wieder hellbomben ja komm wir beißen machen das ist middle wayne ok 1 2 1 2 1 2 los nein das ist meiner geh weg da zu spät da hab ich reingepinkelt du hast da nicht reingepinkelt da ist voll reingepreten du hast da sogar viel mehr reingeballert okay also lass lass doch lass doch von hier dann machen wir so gehen hier so rum weißt du und weil wenn du hier machst wir müssen ja hier hoch eh wieder weißt du ich denke an deinen bonus oder die andere seite hellenbombe soll ich den laser soll ich die geschützung oder das laser reintun sag mal was du hast beides gut ne ja mach's ruhig ein turm kann niemals schaden der wird uns wenn das gegner entfernen aber dass karto nicht mehr mit dabei ist was schade dass karto nicht dabei ist naja vielleicht kommt er ja noch ja vielleicht vielleicht doch nicht auch hier ist ein roboter schürt sich schon das schicksal aller menschenkinder liegt in ihrer hand sind sie genau drin einer zu taun der zweite der zweite ist auch taun ja da kommen aber jetzt noch mehr ne ja dann rüste dich aus ich halte sie dann auf so ich bin ready ja ja und dann hole ich mein Zeugs da ist ne raketenwerfer dude also ein raketenwerfer bot ein großer raketenwerfer bot reicht nicht mehr gleich nicht mehr okay so ein großer war jetzt auch nicht immer macht man macht das falsch er ist schon ende der karte auch wer ja spritzen schütten stahl war junge und granaten hier sind auch granaten und die brauche ich schwarze ja dann würde ich sagen jetzt kone hier ist bunker bunker und spritzen ich habe eine kurbe ich habe eine kurbe ich bin dran ich bin dran ich bin dran über credit anforderungsscheine und medaille gut alles da hä wieso treffe ich sie nicht Founder was noch getroffen aber nicht gut oder so wer so viele schüsse brauchts traurig proben 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 habe eine dann ist das die einzigste die es hier gibt südlich alter da unten ist nicht was los noch hier ist doch noch eine probe gesammelt die habe ich nicht gesehen es kommen die ausreden 4 fabriken da unten alle nebeneinander vor uns patrouille oder so ja da ist ein fragezeichen ja hier liegt eine waffe da ist ein haus links und hat er geschützt hat er geschützt hat er geschützt und proben lege paket ab hat was gefunden nimmst du auch die richtigen die roten so ich habe hier noch mal ein paar proben kriegst du alleine ich mache so lange die pro da ist hier sind granaten muni zwei stück spritzen geschützt war bitte schießen für eine verarsche geschützt kann einfach gar nichts so ich mach mal das lineare sperrfeuer auf den außen posten abstand halten okay da weil ich mich auf die mini gelaufen tschuldigung ich weiß nicht mal zum flug haben wir dahin ist doch der flug das hier ist der flughafen ja aber ich habe deine proben hier sind wir in der sachen ja ich weiß ich komme jetzt ich habe die bombe wo hat das sperrfeuer hat eine fabrik tatsächlich zerstört also nicht dass der flug hat mich zerstört ich meine die fabrik die da oben war ganz gut vorsicht minen die frage ist gehen wir da jetzt noch mal hoch und holen wir müssen die radar station zerstören war das nicht eine nebenmission wo wo ist denn hier eine radar zerstören das hier mach kaputt ich weiß nicht ob man das kaputt machen muss mal gucken ob du es kaputt kriegst lauf ich war noch nicht mal in der nähe davon ja das ist hier der außenposten den meinen dings zerstört hat ich habe gerade dabei eine fabrik zu zerstören so sind hier irgendwelche ressourcen ja auch gut dass ich nochmal hergekommen bin das war nicht umsonst sehr gut ich habe auch eine fabrik zerstört ich habe jetzt einen markiert noch 30 minuten für die mission was hast du da alles für leute mitgebracht alle die bemerkst du die 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 Hast du die Hoffnung, dass es das auffällt? Was? Hast du die Hoffnung, dass es das auffällt? Nein, ich dachte, hier wäre noch was, aber da war nichts. Und dann habe ich den aber schon gezündet. Ich habe das gefunden. Ich habe eine Probe gesammelt. Hier sind noch Spritzen. Ich brauche nichts, danke. So, zerstören wir das da? Oder legst das? Wie meinst du? Was zerstören wir jetzt? A1 oder M2? Wie wäre es, wenn wir uns aufteilen? Na gut, dann gehe ich zu A2. Und hoffen, dass ich das schaffe. Für mich ist das a1. A1, Entschuldigung. Ja, M2, A2, 3, B, 27, Z. Alles das Gleiche. Kommt nur, nehmt es! Hat was gefunden! Er bitte Orbital-Schlag! Aber fertig. Oh Gott. Landungschiffe. Probe gesammelt. Ein Flammenwerfer habe ich gefunden. Die bringen auch sehr viele gegen Roboter. Ja. Ich hab was gefunden! Kipplaufschrot flintet. Die soll eigentlich ziemlich gut sein, also ich hatte gute Durchbringungen, habe ich gelesen. Aber es hat schlecht gemacht dann. Ja. So, was bringt das jetzt, wenn man diese Türme zerstört? Weiß ich nicht. Mir hat es nichts gebracht, als ich eben einen kaputt gemacht habe. Ich mache mal hier das lineare Sperrfeuer hin. Wohin? Bei dir? Hier. Die Flieger wegholen. Mal gucken, ob das klappt. Hier gibt es keine Sprung. Warum? Aua. Zu dir. Hier gibt es nichts. Ich habe diesen Auspust und sonst kaputt gemacht. Ich kann den Turm gar nicht zerstören. Ja, musst du eine Höllenmord benutzen. Wie hast du den denn zerstört? Mit dem Artillerie. Aber ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Nein, das ist nicht dasselbe. Dein ist auch Stahlbeton. Ich musste wohl mit der Höllenbombe zerstören. Oh, lol! Mein Leben für Übererde! Vordere Höllenbombe an! Ich bin jetzt bei dir. Markiere Karte. Nordwestlich. Oh, das ist ein großer Tor. Zwei Flieger... Zwei Flieger wurden zerstört, aber sonst... Kennzeichne Position. Vergiss es! Nordwestlich. Das ist ein richtig flüsses Ding. Ich bin am Terminus! Bombe wird gezündet. Höllenbombe ist da! Kapit Räum! Turbe gesammelt! Können die die Bombe zerstören, wenn die scharf ist? Ja. Ich glaube schon mal kein anderes zerstören. Die Freiheit hat gesiebt. Alter, der Turm hat das überlebt. Du ziehst ne ziemliche Probleme an. Ja, hier ist ne riesen Basis mit Geschütztürmen. Ich weiß. Da hab ich eben oft gezeigt. Du hörst mir nichts zu. Ja, wie denn, wenn ich dir nicht zuhören kann? Warum nicht? Ja, weil ich verfolgt werde. Verfolgt... Magazin leer! Letztes Nachladen! Der Laserturm hat mich erwischt. Aber steh genug. Oh mein Gott, nein! Du meintest doch, ich sollte zeigen, wie ich nen Panzer zerstöre mit der Schuhe finde, ne? Ja. Hier ist einer. Ja, dann mach mal kaputt. Wir benötigen ein Geschützt! Vorderung, Vitalschlag an! Das war aber kein Panzer. Das war ein Panzer. Das war eine Schrotflinte. Das war... Ich hab die Schrotflinte geholfen. Ich hab zweimal mit der Schrotflinte aufgefasst und meine Sekten giert. Natürlich. Hier ist noch ein Panzer. Das ist jetzt die Panzerstätte. Ja, dann verstöre die. Ich bin dabei. Eine Panzerproduktionsstätte. Aber die Türme schießen gar nicht aus irgendeinem Grund. Ja, die schießt halt nur gegen große Ziele eigentlich. Alter, da ist noch ein Panzer, ne? Fährt? Der? Fährt der? Ja. Dann haben wir entweder ein Problem. Mehr für Granate! Sehr gut. Aber die Türme stehen noch. Der Panzer ist da unten. Der sieht aber nicht mehr frisch aus. Ist das der, der zerstört, den ich zerstört habe? Magazin leer! Wo du gedacht hast, dass du den zerstört hast, meinst du wollen? Der müsste eigentlich zerstört gewesen sein. Oh Gott, hier sind ja ganz viele. Positioniere Pins! Nerflich! Oh, der ist echt noch am Leben. Äh, der Panzer hat mich in den Panzerfrag, danke, ich bin tot. Der Panzer hat mich in den Panzerfrag reingegebackt. Dann soll ich dich woanders hinwerfen oder da, wo du bist? Wo du warst? Äh, ich habe zwei, glaube ich, normale Pro. Nee, ich habe, ich weiß nicht, wir da hinten zurück. Wir müssen uns zurück in den Proben tun. Vielleicht kann ich den Panzerfrag endgültig vernichten. Aber ich meine, das müsste der eigentlich sein, den ich vernichtet habe. Der tötet eigentlich alles. Äh, jetzt Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Ja, tut mir leid, der Panzerfrag, glaube ich, ein großes Problem. Okay. Okay, ich hatte doch keine Proben liegen lassen. Ist doch sinnlos. Du hast keine Proben gesammelt? Nein, anscheinend nicht, weil da liegen keine. Oder die wurden weggesprengt. Weil ich sehe auch keine auf der Karte. Wir haben auch keine Proben. Positioniere PIN. Ich sehe auf der Karte ganz viele Proben. Ja, deswegen. Aber ich habe auch keine auf der Dingens markiert, auf dem Frag. Frag. Was war das? Warum bin ich durch die Haltekarte geflogen? Okay, ich bin wieder tot. Warum? Ich habe aber nicht einen Luftschlag gemacht oder sowas. Nee, ich habe nur die Fabrik zerstört. Ich werde ja dauernd von Explosionen getötet. Keine Ahnung, was es ist. Ich werde links und rechts hin geschleudert. Aber hier liegt noch alles von dir. Bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Da kommen neue Einheiten übrigens zu dir, ne? Egal. Haben wir eigentlich unsere Mission schon erfüllt? Ja, haben wir. Nein. Doch, haben wir ja schon. Zwei Flughafen. Evakuierung verfügbar. Wir sind wieder überall Fragezeichen. Das ist wieder eine große Basis hier. Na dann. Ich sehe aber keinen Turm. Das hört sich sehr gut an. Ich bin gleich da. oh hi. 에요. Bleitz, geh senkt. Das wird mal so eine Leiche aufgestapelt. bist du schon hier ja ich bin bei dir die massen orbitale rein weil da ein großer war einer und zwar ich weiß was das für explosion das ist die pilze die schleudern mich drei kilometer weit weg ich verstehe nicht wieso und an das warum explodieren das kann ich verstehen muss aber was ist denn hier so so viel los das bestimmt wieder irgendwie gegner gepult da kommen aber große ich dachte die mittlerweile mal ausgelöscht ich hab auch gedacht die würden da sein ich müsste ja weniger kommen wieso bist du überhaupt am ende der karte fast weiß ich nicht ich bin jetzt auch im pilz gelaufen ok ich barge gerade fest ich bin tot was war das denn ich war es nicht ich habe nichts gemacht ich war selber kämpfen wo rindst du hin weiß ich nicht wo lauf ich hin weiß ich gar nicht ich glaube vor der horde weg ich habe dich in die explosion geschmissen also richtung explosion geschmissen ja es wäre schön wenn du die mal weg holen könntest da kommt jetzt ein schützchen das sind nur kleine gegner wie sollst du dich nicht gemacht weil da auch läufer waren die die ich platt gemacht habe danke irgendwas hat mich in den rücken getroffen vielleicht ein geschütz ich mache ich nicht reichweite der feindlichen artillerie feindliche artillerie nein oh shit und hier ist wieder ein halk evakuierung verfügbar ich habe erst 50 rechts von dir jetzt hinter dir ich mache den jahres ding wir müssen den halt weg holen wir werden von überall beschossen das ist meine artillerie wohnung in reichweite der feindlichen artillerie sehr gut sehr gut aber da ist noch basen drin das problem ist vor mir ist ein halb hilfe ich bin immer noch da das ist immer noch nicht fertig da ich hoffe hier vor den pausen von wir gehen da weg ist da noch ein großer da ist auf jeden fall noch eine basis die wir zerstören müssen unterwegs und der halt ist auch abland hier ist der horde ich bin gleich tot bin tot weiß ich wieder ein wo du gestorben bist ja mach den halt da mal weg er ist weg endlich sagt mir den feind okay ich habe die proben aber wo alles zerstört ist wird es trotzdem nicht einfacher man da ist noch einer mit raketen auf den schultern hast du sehr gut noch was ist da noch irgendwas anscheinend nein das ist weg alles weg alles weg wir können jetzt abhauen glaube ich oder ja wir müssen evakuieren wir haben auch nicht mehr so viel zeit ich sehe halt hier nichts sonst könnten wir die mal weg holen ja das ist irgendwie kacke mit dem nebel hier wo sonst die roboter sehen uns aber wir sehen die nicht oh shit das ist auch mittlerweile alles abprallt an denen das ist so nervig sonst sind die granaten immer explodiert und da ich rufe ja aber das wird pro koordinaten empfang die liga nach einskehr zum evakuierungsbereich zurück erwartet taktik paket neues magazin ihr benötigt ein geschäft dann kommt die zeit – 1 minuten 30 sekunden vorsicht da geht artillerie hin ok alter was du hast da ems äh dings reingeknallt wo habe ich ems dinge reingeknallt ach so ja in die patrone aber es müsste dann die letzten nicht reingeknallt Was hat uns umgebracht? Was hat uns umgebracht? Du! Ich hab gar nicht umgebracht. Bei mir steht eliminiert von AK. Ich hab mit dem Schofitte geschossen. Das kann ich extra, wahrscheinlich, damit vor. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier los? Wir müssen unbedingt die Proben aufsammeln. Die Demokratie ist still. Wo sind die denn? Da, sind die doch. Ach, Magazin leer. Da kommt Ketten senken. Zwei noch. Alle Toten. Ländungsschütter. Wir werden nötigen ein Geschütz. Schütz unterwegs. Oh, hier ist doch noch so. Vorsicht. Vorsicht, da kommt noch eine Artillerie. Die haben ein Landungs-Dings genau auf dem Dings gemacht. Das Shuffle für die. Oh, hier ist doch. Verdammtel, pass auf. Helikan 1 macht sich zur Landung bereit. Magazin leer. Magazin leer. Für den Wohlstand. Für den Wohlstand. Rein, 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 rein. Wir drin. Oh. 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 Wohl. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ey, die Fabrik ist aber echt unnormal. Evakuieren wirklich, sobald ihr bereit seid. Können wir jetzt reingehen, vielleicht ohne, dass sie gestört werden? Nein, jetzt kommt das Sperrfeuer da rein. Feuert Orbitalsperrfeuer. Gebiet Räumen. Erbitte Orbitalschlag. Ich wurde getötet. Alle getötet hier. Also man fand sich das schon gar nicht so schwer, weil jetzt gerade ist die schon... Ja, ich glaube, wir scheiße. Ich glaube, wir sollten sie ignorieren, oder? Was wirklich jetzt dauernd? Aber dann verlieren wir alle Bogen. Forderung nach Schatzungsverfahrt. Wie viele Fabriken sind denn da noch? Zwei. Ich sehe eine noch, eine noch. Eine ist noch da, sehe ich. Sieh! Ich glaube, die Terminatorenfabrik ist weg. Die Hulk. Dann gehe rein. Ja, da kommen 20.000. Ich dachte, die Hulk hat mich gefunden. Hat mich gefunden. Hallo, Spiel, gib mir mal Granatenmunition. Hä? Muss man nicht fünf drücken, um nachzuladen? Ja, aber du darfst dich nicht bewegen dabei. Achso. So, die sind weg. So, jetzt gehe ich rein. Jetzt müssten, glaube ich, fast alle raus sein. Noch 20 Minuten für die Mission. Geh jetzt rein. Geh jetzt rein. Ach, willst du mich verarschen? Was hast du gesagt? Ja, wir gehen jetzt in die Fabrik rein. Oh nein, da Leute sind noch nicht mit Schild. Da sind viele mit Schild. Ich bin am Arsch, ich gehe wieder raus. Okay, da sind zu viele Leute drin. Zu viele Leute. Die beiden Fabriken sind direkt nebeneinander. Alter, wie viele sind das? Eine Fabrik wurde zerstört. Es ist nur wirklich nur noch eine da. Die ist direkt da, wo ich gestorben bin. Der bitte Luftunterstützung. Die Demokratie ist geöffnet. Verstärkung. Die Fabrik killt uns, ne? Ja, wir machen danach auch nur noch Hauptmissionen. Ah ne, die haben wir schon. Ja, wir hatten schon mal so, wir sind fertig. Oh, da ist noch ein Hulk. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich hab doch die... Nein, das war so gut. Hier ist noch ein Hulk. Ich dachte, du hättest die gekillt. Der hab ich auch alle. Dann ist mir zuerst noch einer. So, weg hier. Schnell weg hier. Junge. Positioniere PIN, westlich. Ah, das ist meine Ausrüstung. Lauf! Oh, wir müssen genau durch die Rorte durch. Wir gehen hier zum Abzugsort. Warum hab ich den Jetpack? Orbitalschlag. Groß, schneller. Vorsicht, da kommt ein Orbitalschlag. Genau da, wo du lang gehst. Fordere Orbitalschlag an. So, ein Hulk ist jetzt down. Wieso greifst du noch die Hulks an? Ich muss an der Fabrik vorbeilaufen. Dann schluch einfach. Nein. Werfe Thorax-Barke. Noch hab ich ein paar Proben. Alles ignorieren und einfach weg zum Abholbutt. Ich bin nur am Rennen. Ich mach nichts anderes am Rennen. Sehr gut. Hab versucht zu erleben. Ja. Nice, Magazine! Sind viele Gegner bei dir? Ja, die folgen mich. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Toll, sie dir wieder diese komischen Chainsaw-Tschipen. Ja, die müssen mit der Schuhe ins Gesicht, dann sterben die. Ja, das sind halt so vier, fünf Stück. Da hab ich grad keinen Bock drauf. Au. Äh, scheiß, ich hab keine Munition mehr. Was habt ihr denn hier mitgebracht? Das gibt's doch nicht. Ich bin doch gar nicht bei dir. Komm, wo wir sind. Ja, die kommen alle von der Fabrik auf einmal hierher gelaufen. Jetzt hab ich all meine Ressourcen verschwendet, weil ich wollte die hier zerstören noch. Ich hab noch eine Fabrik zu starten. Ich fordere an, ne? Mach, mach, mach. Fordere Evakuierung an! In Reichweite der feindlichen Artillerie. Wir haben hier feindliche Artillerie. Doch nein. Feindliche Artillerie beim, äh, Abholpunkt. Kann sein, dass wir von dieser Treffer sterben. Warnung, in Reichweite der feindlichen Artillerie. Markiere Karte, südlich. Ich mach zumindest diese Neemission noch. Gut. Äh, wir versuchen noch den Mörser-Turm auszuschalten. Ne, die mach ich nicht. Wenn du willst, kannst du beim, äh, okay, wir machen irgendeine andere Neemission. Ich will nur die Daten. Ich steh mir nur aus 1 Minute 30 Sekunden. Aber ich weiß, wo der Mörser ist, der ist hier. Ich bin nur durch die Feuer am Lauf hier. Ich glaube, ich bleib auch beim Abholpunkt und versuch nur die Horde auf. Verletzter! Was für eine Verletzter! Auch wenn ich keine Munition mehr hab. Oh, ich sehe einen von euch. Markiere Warnung, in Reichweite der feindlichen Artillerie. Ja, wir sind jetzt, äh, halten jetzt den Punkt hier. Ich hab keine Munition mehr, scheiße. Aber ihr dürft noch nicht abhauen, solange ich noch nicht da bin. Markiere Warnung, in Reichweite der feindlichen Artillerie. Ankunftszeit. Ich habe keine Munition, ich wiederhole die Munition. Stumme, was war das? Warnung, in Reichweite der feindlichen Artillerie. Ich habe aber auch keine Munition. Genau, ich bin auch am Weg zurück. Da ist ein Flammenwerfer, genau auf dem Punkt. Keine Sekunde, dann habe ich weiter an. Er hat seht, der Gäste. Kommt denn der Flieger da oben bei dem Blau? Das ist ein Halk. Tesla Gang kommt, Tesla Gang kommt. Halk ist tot, Halk ist tot. Ist er mit dem Flieger? Halk ist Flieger. Rein, rein, rein. Halk ist tot, Halk ist tot. Nicht rein, nicht rein, da ist einer tot. Ich bin drin, außer sehen. Ah, ich bin auch rein. Ich wurde, ich bin reingesprengt worden. Egal, Geld ist Geld, was wir jetzt kriegen. Ja, ja. Schließe eine Mission ab, ohne zu evakuieren. Äh, ja. Den Erfolg habe ich auch noch nicht. Wie gesagt, ich bin gerade reinrennen gewesen, habe mich noch irgendwie Treffer kassiert und ich war tot. Ich habe einfach nur auf die Fresse bekommen, die letzten fünf Wülten. Ja, das ist voll, ich habe diese Schwierigkeiten gehabt. Ja, ich war noch alleine dann irgendwann, ne? Wobei das anspruchsvoll, das haben wir eben total easy weggebracht. Ja, ist halt so, ne? Aber die, die schwere Fabrik, die hat uns halt richtig... Äh, die war richtig schwer. Nicht mal. Äh, also Mello und ich, also ich werde auf jeden Fall jetzt gleich was essen. Und ich weiß nicht, ob ich heute Nacht oder Abend nochmal reiten, Nachtschäuhe, ne? Ja, das ist kein Problem. Ähm, ich gucke dann, wenn du online bist, schreibe ich dir, ne? Alles klar. Oh, wir haben noch sechs Punkte errettet. Vielleicht. Oh, dieses Lade-Menü. Ja, das ist ätzend. Äh, wir machen ja Schluss, ne? Oh, hey, Level 9. Ja, erstmal alles gucken, was wir bekommen haben und dann... Was ist das Max-Level? Max-Level kennen? Ja, glaube ich keiner, also... Geh ordentlich hoch. Okay. Freiheit sei mit Ihnen, Herr Daughter. Schnelle Missionen sind gute Missionen. Komm mal zu mir und drück mal E. Nein, warte. Doch, komm. Äh, really? Ja? Komm mal zu mir und drück mal E. Was denn? Der mit der... Der mit der Forst nach oben steht. Ja, funktioniert, funktioniert. Ciao. Ja, bis dann. Oh, ist weg. Gut. Ich hab jetzt... Was soll ich mir jetzt holen? Verringert die Zeit zum Auffüllen des Bombers für 20 Sekunden? Naja. Verringert die Abholzeit der Waffen? Ja, nutzt du ja häufig. Vergrößert den Radius? Das wäre schon gut, wenn du was holst, was... All das, was die fetten Dinger wegholt, weißt du? Ja, das kann ich... Das gibt's nicht. Hm. Na ja, gut. Ja, ich werd jetzt was essen gehen. Erstmal Folge wenden. Alles so, bis dann. Warte. Ciao. Okay. Ciao. Uuuu. Oh, 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 oh.